Herzlich willkommen, ich freue mich über euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu meiner Dokumentation, die lautet Auf dem Männerklo. Als wir das Thema gekriegt haben, haben wir uns überlegt, wo die Männer sind, deswegen sind wir extra nach Bremerhaven angereist hier, aber hier regnet es leider, aber Klo gibt es überall, wahre Männer nur hier, also viel Spaß bei der Dokumentation. Film ab! Wissen Sie, warum die Ostfriesen immer so eine braune Stirn haben? Immer wenn sie auf der Toilette waren und sich den Hinter abgewischt haben, dann denken sie sich, ach Mist, ich habe das Klopapier vergessen. Wo ist denn hier das Männerklo? Nun denn, nehme ich halt das Große. Musik Schleimreiter reimt sich auf Schleimscheißer und auf Schleimscheißer. 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 Das beste Männerklo ist immer noch der Baum. Das beste Männerklo ist immer noch. Das beste Männerklo ist immer noch.